Irgendwas passiert doch sicher noch. Du... ...leglige Maus. Dafür esse ich dein Bruder. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, wieder zurück. Und ja, im letzten Part wurden wir richtig hart ran genommen. Von diesem extra Level hier. Aber wir haben es trotzdem noch irgendwie geschafft. Und wir fangen einfach mal an in der zweiten Welt. Let's go! Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich kann mich noch so ein bisschen erinnern. Ich glaube, der Hintergrund ist jetzt mit Wäldern. Ja, genau. Ja, man. Alte Erinnerung, ey, Leute. Alte Erinnerung. Kann ich? Ich will mal was testen. Kann ich die jetzt? Ja, die kann ich, aber die Panzer nicht. Ist okay. Alles klar. Da muss ich mal gucken. Wo ich jetzt hier an Eier rankomme. Ich brauche ja irgendwie Eier, ne? Ah, hier war das. Ich erinnere mich. Der kleine Baby Mario. Äh, ich glaube, ich laufe gerade die falsche Richtung. Ja. Definitiv. Aber so richtig fliegen kann er nicht, ne? Er kann halt irgendwie nur die Wände hochlaufen und so ein bisschen gleiten. Aber fliegen nicht. Und hier gibt es keine roten, ähm, keine roten Münzen. Ich glaube, das dreht sich hier nur um die Blume. Ja. Okay. Okay. Aber finde ich cool, dass er es eingebaut hat. Richtig nice. Nicey, dicey. Gucke ich jetzt auf Dicey. Kennt ihr den nicer, Dicer? He. Okay. Klappt nach oben. Er ist gefährlich, weil jetzt kann hier auch hinter den Stein zum Beispiel irgendwie was versteckt sein. Ich hoffe mal nicht, dass das so ist. Und hier haben wir unseren kleinen Freund wieder. Wir kennen ihn ja schon. Auf dem Special Land. Auf dein Ernst ist der jetzt jedes Mal. diese Box aktiviert. Okay. So, Dobi. Let's see go. Aufpassen, ey, dass der uns hier nicht umbringt. Aber das geht ja. Wann? Na ja. Ich brauche dich, Dobi. Oh, die don't wait, leider Dogi. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Das ist ja ernst, Doshi. Danke. Okay. Sternkreis. Wie sieht's aus von den roten? Ja gut, die Hälfte haben wir. Das sieht gut aus. Aber ich weiß auf jeden Fall. Oh Gott, ja, jetzt kommt die Stelle. Denn der kann man so richtig verkacken. Wir müssen hier aufpassen. Wir müssen hier auf jeden Fall richtig nach rote Münzen ausschalten. Weil wenn wir die vergessen einzusammeln, ne? Das ist vorbei. Dann kommen wir da nicht mehr ran. Wenn wir irgendwie ein falsches System haben oder so. Mit den Eiern können wir noch ein bisschen schießen. Warte, 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 warte. Ich habe das aber nicht mehr so richtig in Erinnerung, ne? Also... Ich kann dazu herzlich wenig sagen. Doch. So, wo war da noch ein Büro oder so, oder? Ich glaube nicht. Komm da oben. Nein! Nein! Äh, äh, äh. Vergiss es. Alter. Ja doch, dann ging's ja. Ich mache mich immer voll panisch, ey. Ich mache mich immer voll verrückt, Mann. Vergiss es. Die Blume, die kann man halt immer töten, wenn man... ...da einfach ihn hier macht. Okay, okay, okay. Ich hoffe, die Sterne fehlen uns nicht. Aber das Gute ist, wir haben auf jeden Fall alle Shy Guys bekommen. Aber das ist eigentlich gar nicht schlimm, weil wir hätten auch wieder... Wir hätten das Ganze wieder neu machen können. Ich dachte, man kommt hier nicht mehr hoch. Aber ich schaue hier trotzdem nochmal. Nein, wir haben alle. Gut. Gut. Bei diesem Blumen habe ich richtig Respekt. So, richtig. Die habe ich schon mal echt böse erwischt. Ich habe nichts. Sind wir hier? Gar nicht. Das ist jetzt nicht so gut. Sternis? Ich weiß das. Und nochmal Sternis? Ja. So, jetzt müssen wir aufpassen. Uah. Alter. Was war denn da gerade los? Okay, gut, dass wir hier auch die Blumen haben. Ähm. Ähm. Das ist jetzt gemein? Verkackt. Ist dein Ernst? Ist dein Ernst? Oh Mann, ey. Schade. Das ärgert mich jetzt, dass ich jetzt nochmal... Aber gut. Mein Gott. Wo ist denn jetzt runter dieser Stelle nochmal? Und für was brauche ich denn Schlüssel? Ich rede die ganze Zeit schon mit dem Schlüssel rum. Schade, dass wir jetzt nicht hinbekommen haben. Ich war ja zu voreidig, ne? Und dem noch. Vielleicht schon einfach gackt. Ja, schade. Also ich sag mir die Musik, die finde ich hier nicht so babyhaft wie jetzt in den neuen Yoshi-Titeln. Ich versteh auch nicht, warum sie dieses Yoshi so verrückt sind. Yoshi ist so ne coole Mako. Oh oh. Ja, Yoshi ist so ne coole Mako und sie verhunzen es einfach so mega. Ah, das kann ich nicht verstehen. So ein schönes Spiel gewesen früher. Ja, und jetzt ist alles so so Baby-Style, ey. Das ist so... Ah, verstehst du nicht? Ja, sehr gut, Yoshi. Oh Gott, was war denn das, ey? Hab ich... hab ich verdrückt. Ich darf doch auch mal fächeln. Weg mit dir. Okay, vier Münzen gibt's hier. Muss ich mir fürs nächste Mal auch wieder merken. So, die Dinger bringen nichts. Ähm... Darunter ging's auch nicht. Und... Was war denn das, ey? Warum... Ich hab auch die wohl aus Versehen nach unten gedrückt. Oh... Oh... Das Level geht dann doch länger als erwartet. Das ist so schade... Das finde ich ja so schade. Na gut, ich muss den Concentration-Mode anmachen. Eigentlich ist das der an. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Pim, Pim, Piri, Pim. So, die Sterne nehme ich mir wirklich gerne nochmal mit. Und nochmal hier die rote Sache. Ich hoffe, die kriegen's jetzt in einen Durchlauf. Das wäre schön. Sehr gut. Ich hab irgendwie das Gefühl... Ja, wir haben ja alle, ne? Wir haben ja alle bekommen. Ah... Ist das nicht 15 gewesen? Oh... Na gut. So, wir machen hier nochmal weiter. Diesmal... Mann, Alter. Genau dieselbe Zähne. Genau dieselbe Stelle. Wir müssen jetzt echt aufpassen mit den Sternen. Dass wir da so viele wie möglich bekommen. Na gut. Vergiss es. Yay. Wir haben verkackt. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier noch an Sterne ran. Hoffe ich ja wirklich, ne? Also bei ansonsten... Nicht so geil. So, jetzt konzentrieren, Yashi. Oh Gott. War das knapp. Alter, war das knapp. Und geil. Hier sind noch extra Sterne. Bei uns fehlen noch rote Münzen. Wo sind die Münzen? Hier alle, oder was? Okay. Wir haben alles. Und hier gibt's nochmal ein Bonusspiel. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr reinzugehen. Aber gut. Okay. Wer macht die meisten Ballons kaputt? Mit einer Stammattacke. Wie schon gewonnen? Okay. Achso. In so einem Ballon ist so ein Item und man muss halt... Man muss halt das Item bekommen. Geil. Und wir haben sogar ein richtig cooles Item und zwar mit 20 Sterne. Das heißt, wenn wir irgendwann mal verkacken, kann ich das Item einsetzen. Und wir kriegen sofort 20 Sterne. Das könnte uns mal den Atsch retten. Gerade beim Boss. Ich denke mal, so eine Items werde ich auch nur bei Bossen einsetzen. Was dann schon echt ärgerlich ist. Wobei, ich glaube, wir Bossen kann ich die Items gar nicht mehr einsetzen. Das muss ich mal beobachten, wie das da ist. Das muss ich mal beobachten. Und wir haben ein neues Spielchen. One-Up Chance. Okay. Das ist Memory. Ach ne, so ein Ding. Das kann ich nicht. Da bin ich so schlecht. Ja, sag ich doch. Aber egal, Hauptsache wir haben 100 Punkte und jetzt kommt das nächste LL. Oh Gott. Ich hoffe, ich krieg das noch in den Part rein. Aber es war nicht... Ich glaube, es war nicht so leicht. Schauen wir mal. Die sind auf jeden Fall echt lustig. Echt? Da warst du doch nicht so aus, was? Okay. Ich kann wenigstens so töten. Ja, wir haben ja nämlich einmal so eine... Wie heißen die? Pitcher oder so? Nicht Pitcher. Pitcher ist was zu trinken. Mal komm her, du blödes Kind hier. Ähm... Ne, ähm... Wie heißen die einen Typen, die immer fangen? Keine Ahnung. Hier haben wir jedenfalls noch so einen Tybi. Der schießt mir das ja ab. Beziehungsweise ich jetzt auch selber abschießen kann. Ich wollte es nochmal kurz zeigen. Kann ich ihn auch töten? Ich bin doch am Anfang. Ich kann hier eh noch testen. Ja doch, ich kann ihn töten. Aber ich muss halt da aufpassen an der Stelle, ne? Oh Gott, die... In der Standpartakke kann ich die auch nehmen. Ich kann sie aber auch abknallen. Meine Güte. Das ist nur für einer. Sehr gut, Robert. Sehr gut. Vorher gesagt, erst mal eiskalt meinen richtigen Namen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ihr habt meinen Namen gehört. Ah, was ist denn hier los? Ich lass mich hier von allem treffen, Leute. Ja, weil es ja auch kein Geheimnis, ne? Wie scheiße. Wer in meinem Discord ist, der weiß eh, wie ich heiße ich bin. Und keine Ahnung was. Deshalb, Leute, wenn ihr nochmal Bock habt, ne? Kommt in mein Discord. Nebenbei mal so ab wie ihn. Ne? Ja. Du, 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 du. Oh, der war fies. Stopp! Okay, hier ist einfach mal nichts. Aber ich glaube, ich muss hier mit Baby Mario langlaufen. Deswegen sieht das hier auch so komisch alles aus, ne? Naja, mal gucken. Mal gucken, ich bin gespannt. So, jetzt geht's hier noch was. Ich habe doch mal Eier auf, weil es wir keine haben, ne? Sehr gut gemacht vom Spiel. Und jetzt die letzte Go. Los, Mario! Jump! Jump, jump! Beziehungsweise Rennen, Rennen. Mir war so, dass hier oben auch irgendwie was war, dass man da mit einer Stampfattacke runter kann. die Dinger runter holen kann. Aber, wie soll das gehen? Naja. So, wir save him up. Okay, bringt mir nichts. Ne, ich wollte mich noch mal ein bisschen weilen. Ha, ganz vergessen. Ja, der kann mir halt nichts, ne? Außer mich jetzt hier runterstoßen. Weil ich viele Eier habe nie. Hier ist nämlich gefährlich, ne? Merkt man schon. So, wie komme ich da jetzt ran? Na, am besten einfach so. Werfen wir doch mal deine Eier rüber. Nein, so nicht. Na, gerade hat er das neu gemacht. Egal, dann mach ich jetzt. Sehr gut. Hat zwar nur Lehm. Schade, ich dachte, da ist ein bisschen mehr drin. Aber gut. Hat so jetzt. Ah, und ja, mein neues Item. Sehr schön. Die Eismelone. Ganz cool. Problem, was wir jetzt gerade haben, ist, wir haben keine Eier mehr. Aber was ist nicht weiter schlimm? Ich glaube, wir kriegen ja noch welche. Jut Sterne haben wir schon mal voll. Yay, was fehlt noch? Was? Drei Blumen. Okay. Drei Blumies. Oh mein Gott, das fehlt dann. Drei Blumies. Hier sind bestimmt Sterne drin. Oder eine Blume. Kann natürlich auch sein. Alter, ich brauche Eier. Ach, sehr gut. Münzen. Sehr gut. Wo war denn jetzt das andere Ding? Hier drin? Nicht. Hier drin, ne? Nein. Da oben, genau. Okay, ich bin hier oben, aber hier ist nichts. Okay. Dann nicht. Okay. Dann nicht. Diese Mäuse, ne? Ich sag euch Leute, wir müssen hier so auf unsere Eier aufpassen. Die wollen hier nämlich klauen. Die Schräge ist hier gemein. Lasst mein Eier auch. Können die Eismelonen nur mitnehmen, aber will ich das machen? Ja, komm, machen wir. Die habe ich so lange im Mund, bis ich komplett, weil ich nicht wie oft drei, vier Mal gesprüht habe. Ne, wirst du auch was, oder? Ne. Na gut, dann gehen wir weiter. Der Part wird jetzt ein bisschen länger. Weil ich will das Level jetzt halt noch in diesem Part schaffen, ne? Ist halt jetzt so. Ach, der Maul. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, rote Münzen. Kann ja gar nicht sein. Okay, aber, hä? Die sehen irgendwie alle so rot schimmernd aus. Was soll denn das? Noch mal abschießen. Na gut. Schauen wir mal. Ich will hier noch ein paar rote Münzen finden. Ach, das Stück brauchen wir noch, ne? Und die Steuerung von diesem Maulwurf ist so schlecht. Aber sie funktioniert, wie man hier sieht. Aber es ist halt wirklich ein bisschen knifflig, ne? Zum Beispiel kann man ja auch runterfallen von den Wänden, haben wir ja gerade gesehen. Was kommt raus hier? Ah, du. Typi. Okay, man kann die auch mit normalen Sprünng töten. Ist gut. Sterne? Sterne. Hätte ich mir vielleicht aufheben sollen, wenn wir hier fertig sind. Irgendwas passiert da auch sicher noch. Du. Eklige Maus. Wofür esse ich dein Bruder? Hehehe. Na los, komm runter. Zieh dich da oben. Ja, dann freu dich, dass du ein Ei hast. Wow. Das mir mal was sinnvolles geben. Eine Blümchen oder so, ne? Nee. Na cool, den kann ich auch so töten. Weder ein paar Sterne? Okay, das sind aber bestimmt die letzten jetzt. Wunder ein Po. Eine Münze, eine Blume. Komm, geh mal hin. Ist halt nur komisch, dass es genau eine Münze ist. Das verwundert mich jetzt hier an der Stelle so. Ja, okay, hier kriegen wir auch nochmal ein paar Sterne notfalls. Ich hebe mir die noch auf. Man weiß ja nie. Ich weiß, dass es da runter noch ging. Ja, okay, ich werde runtergehen. Mein Ei. Ja genau, du kannst hier. Genau. So, eine rote Münze. Wo haben wir die? Hier unten? Kann das sein? Ja. Okay. Wir haben ja alles komplett. Jetzt nur noch ab ins Ziel. Ohne Treffer. Das heißt, Vorsicht falten lassen. Okay. Nice. Ja gut, es war der will geschafft. Das erste war ein bisschen fällig. Aber mein Gott, deswegen geht halt der Part jetzt ein bisschen länger. Trotzdem haben wir volle Punktzahlen in beiden Leveln und im nächsten Part geht es weiter an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und ich bin raus. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Uh oh. ner